So liebe Leute, heute wird es wieder Zeit für eine ketogene Studie und zwar hier an Crossfit Athleten. Also diese Studie vielleicht in Bezug auf Leute, die Krafttraining im Muskelaufbau betreiben wollen und Angst haben mit einer ketogenen Ernährung Muskeln zu verlieren. Eine sehr interessante Sache vielleicht. Die Studie ist natürlich nicht optimal. Ich werde gleich ein paar Sachen aufzeigen, die für Sportler, die ketogenen machen, eben auch wichtig sind und hier eben dann entsprechend nicht ganz gut umgesetzt sind. Also das Ganze ist hier auch vom 9. Januar 2018, kam aber komischerweise heute erst in den News. Von daher hier relativ neu. Also was hat man gemacht? Man hat hier einen entsprechenden Crossfit Athleten, die im Schnitt 31 Jahre alt sind, die einen Body Mass Index von 22,9 haben und die auch bestimmte andere Anforderungen erfüllen mussten. Das heißt, die mussten schon bestimmte Kraftwerte haben, die mussten eine bestimmte Zeit schon trainieren. Das waren jetzt nicht völlige Anfänger oder sowas. Die haben eben Crossfit gemacht über diese zwölf Wochen und man hat eben geschaut, gegenüber einer Kontrollgruppe dann. Was ist da herausgekommen? Die Gruppe ist natürlich sehr klein, wie man hier sieht. Die Kontrollgruppe fünf Leute, die ketogene Gruppe sieben Leute. Man hat die Leute auch so eingeteilt, dass sie selber aussuchen durften, in welche Gruppe sie wollten. Das macht bei einer längeren Zeit ketogener Ernährung eventuell auch ein bisschen Sinn, das nicht zufällig zu machen, weil wenn jetzt irgendeiner zu mir kommen würde und sagen würde, okay, du musst jetzt für zwölf Wochen irgendwie High Carb machen mit 80% Kohlenhydraten oder so, dann würde ich wahrscheinlich persönlich nicht so gut damit zurechtkommen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, vielleicht habe ich einfach keinen Bock drauf oder ich habe Angst, dass die Leistung runtergeht oder was und esse dann doch irgendwie was anderes. Also bei solchen Langzeitinterventionsstudien macht es vielleicht Sinn, gerade wenn es um Ernährung geht, da die Leute auch auswählen zu lassen, was sie denn essen wollen, weil sie eben sich besser daran halten. Ja, sonst sieht man bei anderen Studien, wo es randomisiert ist, eben auch sehr gut, dass die Leute sich halt über längere Zeit nicht daran halten. Okay, man hat das Ganze vor der Studiendauer hier und bei 2,5 Wochen und bei 12 Wochen hat man das Ganze hier untersucht auf verschiedene Parameter. Einmal die Anaerobe Performance, man hat hier einen 400 Meter Sprint zum Beispiel gemacht und man hat eben auch verschiedene andere Sachen angeschaut, was wir uns gleich nochmal genauer angucken. Man hat auch Blutparameter genommen, man hat einen Dexascan hier gemacht und Ultraschall und hat dann eben auch Ketonkörper und so weiter gemessen. Man hat dann eben gesehen, dass die Leute in der Ketogengruppe definitiv auch in Ketose waren. Das kann man natürlich dann an den Blutketonen dann festmachen und das ist natürlich auch wichtig, um zu gucken, ob die Leute sich wirklich daran gehalten haben oder nicht. Kurzzeitig, also was jetzt in dem Appsberg drin steht, ist es so, dass die Glucose im Fastenzustand, das HDL und Triglyceride sich da nichts verändert hat, außer das LDL ist halt in der Ketogengruppe hochgegangen. Ansonsten alles gleich, schauen wir uns aber gleich nochmal an, wie das genau aussieht und wir haben auch, dass da kein Kraftverlust mit einhergeht, wenn ihr ketogene Ernährung macht. Das heißt, ein Repetition Maximum, 400 Meter Sprint, VO2 Peak und so weiter, war in den beiden Gruppen gleich. Das heißt, mit zwölf Wochen ketogener Ernährung hat hier keiner seine Leistung irgendwie in den Keller fahren können. So, das erstmal zur groben Übersicht. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, damit ihr auch ein bisschen schaut, was da so hinter steckt. Es gab einige Studien, die eben auch schon gezeigt haben, sowohl in Mäusen oder auch in Menschen über längere Zeit, wenn man sich adaptiert, ja, das ist nämlich eine wichtige Sache, das heißt, die ketogene Ernährung ausreichend lange macht, für Sportler könnte das so drei, vier Wochen sein, bis sie wirklich adaptiert sind, dass das da eben keine Unterschiede gibt und dass aber auch Muskelwachstum ganz normal funktioniert und so weiter und so fort und man gleichzeitig aber sogar auch noch Körperfett abnehmen kann. Das klappt mit der ketogenen Ernährung eben sehr gut. Dann gehen ja viele von euch, oder was heißt viele von euch, viele von den Zuschauern, die jetzt auf dieses Video vielleicht gucken und denken so, ey, ich mache keine ketogene Ernährung, weil ich kann ja nicht MTOR aktivieren, ich muss ja Insulin haben, um Anabol zu sein und den ganzen Kram, ist eben so, dass das nachgewiesen wurde, dass das Ganze eben nicht so ist. Man hat zwar so seine Gedanken, seine, ja, sein Konstrukt da über diese ganze Sache eben im Kopf, aber es ist eben nicht so, wenn man das Ganze umsetzt, weil dann viele andere Sachen noch eine Rolle spielen. So, dann wurde hier eben gezeigt, dass das Ganze eben nicht negativ ist und so weiter und so fort und auch verschiedene andere Studien, also es werden hier ein paar Studien aufgezählt, die eben auch ein bisschen länger gehen, also hier mal 30 Tage, okay, hier mal 10 Wochen, okay. Und die Faster Study, die ja auch über ein Jahr ging, hat ja auch gezeigt, dass es da keine Performance-Einbußen gibt mit einer ketogenen Ernährung. Die einzigen Studien, die eben wirklich zeigen, dass du Leistung verlierst, sind solche Studien gewesen, wie von der Burke hier zum Beispiel mit den Race Walkern, dass Ganze über gerade mal ein bis drei Wochen so geht, diese Studien, ja. Oder noch kürzer teilweise, wo wir da schon Studien letztens gesehen haben von drei bis vier Tagen. Und dann sagen, wow, also wer einmal eine ketogene Ernährung gemacht hat, der wird wissen, dass vier Tage ketogene Ernährung oder auch eine Woche mit Sicherheit nicht dazu führt, dass man seine Leistung wieder hat. So, okay, also wie vorhin schon gesagt, die hatten bestimmte Kriterien, also bestimmte Kraftwerte sollten sie haben, bestimmte Zeit sollten sie auch schon trainieren und so weiter und so fort. Und die wurden eben nicht randomisiert, sondern die durften das selber entsprechend auswählen. Dann sieht man hier, was gemacht worden ist. Die wurden halt, eine Woche vorher wurden die entsprechend dann unterrichtet, was die alles machen müssen. Die wurden halt, die haben mal Fitness-Poll dann bekommen zum Tracken der Makros zumindest und solche Sachen. Die haben dann eben auch einen Test gemacht, verschiedene Tests eben, Blutparameter und Krafttests und so weiter am Anfang. Das Ganze eben auch mal nach zweieinhalb Wochen und das Ganze dann eben auch noch mal am Ende natürlich. So, zu den Methoden brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Ich gucke mal eben. Genau, die haben eine Ernährungsweise entsprechend bekommen. Ketogene Guidelines hier anhand von Volleck und Fini zum Beispiel, die jetzt auch in den Büchern das mit der sportlichen Performance dann ein bisschen offengelegt haben. Wobei ich hier aus eigener Erfahrung auch schon sagen kann, dass man bestimmte Dinge doch noch mal ein bisschen anpassen muss. Also, da ist es vielleicht gut auch, wenn man jemanden hat, der das eben wirklich auch täglich mal umsetzt. So, dann haben wir hier die beiden Gruppen. Man sieht natürlich, dass die Gruppen dadurch, dass sie natürlich auch selber auswählen konnten, so ein bisschen unterschiedlich sind teilweise. Gerade beim Körperfettanteil. Das ist jetzt nie eine gute Sache, wenn das halt ein bisschen unterschiedlich ist. Weil entsprechend die Leute mit mehr Körperfettmasse natürlich auch ein bisschen mehr abnehmen können. Das ist irgendwie ganz klar. So, ansonsten die restlichen Parameter sind ungefähr gleich. Da braucht man sich dann, ja. So, jetzt kommen wir zu der Ernährung. Was jetzt der große Kritikpunkt hier ist und was ich euch da draußen eben dann auch mitgeben möchte, wenn ihr ketogene Ernährung macht, auch im Kraftsport. Ich meine, die Jungs hier haben jetzt keine Kraftanbußen gehabt. Ja, sie hätten aber auch meiner Meinung nach noch deutlich mehr rausholen können und deutlich besser aufbauen können, wenn sie das nicht so gemacht haben, wie sie das hier eben jetzt gemacht haben. Also, die Kohlenhydrate sind deutlich runtergegangen von 164 Gramm auf 15 Gramm am Tag. Also, was natürlich dann auch wirklich ketogen ist. Hier der erste Punkt. Wenn ihr Crossfit-Athleten seid, Ausdauerathleten seid und eine Stunde oder zwei am Tag dann Sport macht, Intensivsport und ihr normalgewichtig seid und müsst jetzt nicht abnehmen und solche Dinge, dann sind 15 Gramm schon ziemlich wenig. Ja, gerade wenn man damit anfängt in der Umstellungsphase. Ihr könnt ruhig mit dem Sport die Kohlenhydrate dann auch ein bisschen hochziehen. Ich habe mal so eine Zahl genannt von 0,5 Gramm Kohlenhydrate pro Minute Sport. Das heißt, bei 60 Minuten Sport sind mal 30 Gramm Kohlenhydrate mehr. Natürlich aus ordentlichen Quellen. Jetzt nicht unbedingt schlimm. Und selbst wenn das aus einer Schokolade kommt oder so, ist das für die Ketose nicht wirklich relevant. So, weiterer größter Kritikpunkt hier. Die Kalorienaufnahme, die Gesamtkalorien sind hier gesunken von 2.500 auf 1.950. Und das ist natürlich generell nicht für den Körper gerade ein Signal, um aufzubauen. Das heißt, hier hätten die Jungs in dieser Studie zumindest darauf achten sollen, dass ihr Kalorienhaushalt gedeckt ist. 1.950, das ist so mein Grundbedarf, wenn ich gar nichts mache. Wenn ich jetzt noch eine Stunde Sport drauf mache, bin ich mit Sicherheit auch bei diesen 2.5, 2.6. Und die sind mit Sicherheit auch eher so um die 3.000 Kalorien. Also hier hätte man eher darauf achten müssen. Also die sind bestimmt 1.000 Kalorien drunter, was sie eigentlich hätten brauchen müssen. Der Fettanteil ist hier leicht hochgegangen, wobei man hier jetzt sieht, dass hier am Fettanteil jetzt nicht wirklich viel passiert. Von 155, 154 jetzt auf 170 hoch. Das ist jetzt, wenn man sich mal so vorher, nachher ketogen normal westlich anschaut, ist das jetzt nicht wirklich der größte Brüller, nicht wirklich der größte Sprung hier überhaupt. Also da hätten dann die Kalorien rauskommen müssen, da hätten noch 1.000 Kalorien mehr drin sein müssen. Also hier mindestens so 270 Gramm oder sowas dann am Tag. Das wäre dann wahrscheinlich deutlich besser. Und jetzt kommt der größte Knackpunkt, gerade in Bezug auf Sportler hier. Der Proteinanteil ist auf einmal bei diesen Leuten gesunken. Dann frage ich mich, wie kann das denn passieren, wenn ich mich ordentlich ketogen ernähre? Dann ist zwangsläufig irgendwie auch ein bisschen mehr Protein drin. Keine Ahnung, was die gegessen haben, ob die nur Avocado gegessen haben. Aber von 114 Gramm am Tag auf 89 runter, das ist aus sportlicher Sicht schon ziemlich wenig. Vor allen Dingen, wenn wir uns angucken dann, dass die Leute hier ein Körpergewicht von 82 haben. Die sind ja gerade mal bei so 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das geht nicht, liebe Leute. Das könnt ihr nicht machen. Und jetzt nochmal an alle da draußen, an alle Frauen, die irgendwie auch immer schreiben oder Leute, die sagen, ich fühle mich schlapp oder sowas. Komm, ich haue jetzt einfach mal eine Zahl für euch raus. 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nicht darunter. Scheißegal, ob irgendjemand sagt, das wird Gluconeogenese, wird das umgewandelt, bla bla bla. Scheiß drauf. Alles, was unter 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, will ich nicht mehr von euch sehen. Und haltet euch mal einfach daran. Also nicht irgendwie ankommen mit, ich habe nur 55 Gramm Protein am Tag, weil ich ja so viel Fett essen muss, zieht das Protein hoch. Aber sie waren eben in Ketose, wie man hier sieht, weil eben die Blutparameter das so beschrieben haben. Wie gesagt, das wäre jetzt für mich auch ein Kritikpunkt an dieser Ketogenstudie, dass man hier, wenn man die ordentlich vielleicht unterrichtet hätte oder begleitet hätte, dass man hier noch deutlich mehr Leistung dann am Ende auch rausholen könnte. Ja. So. Also. Was sieht man hier? Jetzt sieht man hier die ganzen Grafiken. Ich gehe einfach mal auf die Grafiken ein. Hier oben sieht man die Ketonmessungen im Blut. Und hier können wir jetzt auch mal für die ketogenen Leute ganz interessante Sachen sehen. Und zwar seht ihr, dass die Ketonkörper am Anfang ziemlich nach oben gehen. Das heißt, in Woche 2 hier so bei 2 Mikromol oder Millimol. Und dann geht das Ganze aber langsam runter im Blut. Das bedeutet, dass hier genau das passiert, was ich euch öfters auch schon mal gesagt habe, dass entsprechend der Körper irgendwann die Ketonkörperproduktion auch anpasst. Und dann habt ihr auch irgendwann hier nach Woche 4 oder 6 habt ihr auch keinen Nachweis mehr großartig auf euren Urinstrips oder in eurer Atemluft oder ähnliches, weil der Körper sich natürlich anpasst und dann entsprechend so weit runter reguliert, wie er es gerade braucht. Ihr müsst euch ja vorstellen, ihr bildet ja nach diesen 4 Wochen und so weiter nach dieser Adaptionsphase. Hier sieht man die Adaptionsphase auch wieder ganz gut. Also hier so 4, 6 Wochen, zack, dann hat sich das eingependelt auf so ein Level. Ansonsten geht es noch runter. Daran sieht man die Adaptionsphase. 2 Wochen ist hier oben. Da kompensiert der Körper total über. Das ist keine Adaption, die hier passiert ist bei den Leuten. Also, das könnt ihr dann eben auch nicht mehr so gut nachweisen, im Urin und so weiter. Höchstens nach dem Sport. Und das zeigt sich eben hier auch so. Genau, der Punkt, den wollte ich noch erweitern, weil euer Körper natürlich dann auch diese alternativen Ketonkörper gar nicht mehr braucht. Das ist genau das, was ich schon mal gesagt habe. Ihr werdet eine Fettverbrennungsmaschine. Ihr werdet keine Ketonkörperverbrennungsmaschine. Ja, ihr arbeitet immer weniger mit Ketonkörper. Dafür arbeitet ihr immer mehr mit Fett. Ja, und das ist natürlich dann das, was wir auch erreichen wollen. Es geht eigentlich relativ wenig um die Ketonkörper. Die stehen dann eben nur zur Verfügung gleichzeitig. Aber ansonsten wollen wir eben mit dem Fett arbeiten, weil es eben saubere Energiequelle ist und ständig Energie liefert und so weiter. Okay, das erstmal dazu. Sieht man hier auch wieder mal sehr gut. So, abgenommen haben die Leute hier von 82,8 auf 79,8. Wobei hier natürlich der größte Anteil definitiv auch Kohlenhydrat- und Wasserspeicher sein dürfte. Wenn wir uns das angucken mit der Fettmasse, da sieht man aber deutlich, dass doch auch Fettmasse hier deutlich runtergegangen ist. Also von 20,1 auf 17,6. Warum jetzt also dann die Körpermasse? Weil natürlich auch Muskulatur aufgebaut werden kann. Das muss man eben auch mit berücksichtigen. Es gibt ja ein Problem jetzt bei dem Dexascan, was wir ja schon in den letzten Videos mal gesehen haben, wenn wir uns das angucken. Hier ist im Dexascan jetzt nicht wirklich viel passiert, bei der Lean Mast zum Beispiel. Also die sind, einige sind leicht gestiegen, andere sind eher so. Also hier gibt es keine P-Value. Das heißt, da ist eben kaum Unterschied. Von 8,26 auf 8,24 tut sich nichts. Jetzt muss man aber berücksichtigen, gerade wenn man sich hier auch die Dicke und so weiter anguckt, das entsprechen natürlich dann auch durch den Entzug von Kohlenhydraten und von Wasser, dass die Masse, also die Muskelmasse natürlich, dann auch sinkt. Und das kann man eben auf dem Dexascan auch ganz genau nachgucken, dass wenn ihr, ihr macht einen Dexascan, Ketogen, dann trinkt ihr einfach mal ordentlich ein paar Kohlenhydrat-Speicher und dann habt ihr auf einmal 2 Kilogramm mehr Muskelmasse ein paar Stunden später. Das muss man eben dann auch berücksichtigen. Aber ansonsten hier, die Lean Body Mass und so, die ändert sich ja nicht. Wenn wir das jetzt ein bisschen noch berücksichtigen mit dem Hintergedanken, dass eben Kohlenhydrate und Wasser auch rausgezogen werden, dann könnte es natürlich auch sein, dass sie Masse dazu gewonnen haben. Aber das ist eben sehr schwer hier raus zu zeigen, außer aus der Dicke hier. Also ich kann das selber prüfen mit meiner Tabelle. Wenn ich tägliche Messungen mache vor meinem Oberschenkel, kann ich auch genau daran sehen, wann hast du Kohlenhydrate gegessen und wann nicht. Dann ist der Muskel, der Bizeps oder so, ist dann gleich mal 2 cm dicker. So, also das erstmal zu den Körperzusammensetzungswerten hier. Also man sieht, trotzdem Körperfettmasse runter. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, dann die Energie in Ruhe quasi. Also euer Grundumsatz. Ist das jetzt großartig gesunken? Also fährt euer Körper gegen die Wand? Fährt die Schilddrüse runter? Fährt euer ganzer Metabolismus runter und so weiter, wenn ihr Ketogen macht? Nö, auch nicht. Also hier von 1,756, äh 4 auf 1,766. So, ganz leicht gestiegen. Wobei hier eine Person so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ja, das müssen wir dann eben auch relativieren. Das heißt, da tut sich am Ende nicht wirklich viel. Dadurch, dass die Leute natürlich ein bisschen Gewicht verloren haben, geht natürlich auch ganz, ganz leicht der Grundumsatz in Ruhe dann eben runter. Und hier sieht man jetzt aber auch mal, interessant finde ich aber die Unterschiede. Ja, hier die eine Person, die hier mit 1200 Kilokalorien dann rumdümpelt, gegenüber einer anderen Person, die hier bei 2200 Kilokalorien rumdümpelt. Das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich so mal 1000 Kilokalorien Unterschied in Ruhe dann anschaut bei den Personen. Und gewichtsmäßig waren die alle relativ nah beieinander. Das heißt, diese Person hier oben war jetzt nicht ungefähr 20 Kilo schwerer oder so. Also auch sehr interessant, dass es da extreme Unterschiede gibt bei dem Grundumsatz. Es wäre jetzt sehr schön, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich den mal an oder so, dass man die Einzeldaten vielleicht mal bekommt, dass man sich eben anguckt, hier weiter drauf basierend, welche Person hat denn jetzt wie viele Kilokalorien über die Zeit zu sich genommen. Aber die sind ja auch schon vor der Intervention hier unten bei 1200 Kilokalorien. Ja, also euren persönlichen Grundumsatz zu bestimmen, ist besser anscheinend als irgendwie mit einem Rechner. Ja, also das Ganze eben auszuprobieren. So, also hier tut sich jetzt auch nicht wirklich viel. Das heißt, euer Stoffwechsel schläft nicht ein. Bei der anderen Gruppe, bei der Kontrollgruppe ebenfalls. Also da sind einige hoch, einige ein bisschen runter. Alles tutti frutti, liegt natürlich immer dran, wie ist auch dein Training. Dann der respiratorische Quotient, der geht bei allem hier eigentlich runter. Das ist natürlich auch logisch, weil sie diese Fettverbrennungsmaschine werden. Das bedeutet, bei einem respiratorischen Quotient von 1 hier oben würdest du quasi nur Kohlenhydrate verbrennen, rein rechnerisch. Und bei 0,7 würdest du rein rechnerisch nur Fett verbrennen. Und da sieht man auch, dass einige immer noch so ein bisschen mehr tendenziell eher so die Kohlenhydratverbrenner am Anfang schon waren, aber dann zu einer Fettverbrennungsmaschine so ein bisschen wurden. Wie ist das Ganze, wenn man es noch länger führt? Und einige, die waren schon sehr gut hier in der Fettverbrennung, also schon deutlich drunter. Da sieht man auch wieder die individuellen Unterschiede. Wäre jetzt auch mal cool zu wissen, ist die Person, die hier unten ist, bei 0,7 oder so, ist das die Person, die hier bei 1.000 ist? Solche Sachen würde ich gerne noch herausfinden, wo man dann mal ein bisschen individueller hingucken kann, was für unterschiedliche Personen gibt es da. Aber ansonsten von 0,84 hier, also von so einem gemischten Ding, auf 0,78 ist schon mal sehr gut, wenn man sich das so anschaut. Passiert natürlich zum einen durch Training, deshalb auch die Kontrollgruppe ein bisschen runter, aber eben auch ein größter Teil dann auch durch die Ernährung. So, dann für die Leute, die Krafttraining betreiben, eben vielleicht auch sehr wichtig hier, was ist denn jetzt mit die Kraft? Ja, geht die Kraft in die Aldi oder was auch immer? Also wir haben hier den One Repetition Max. Sieht man eigentlich, dass selbst nach den zweieinhalb Wochen hier, dass bis auf die eine Person hier, die hat wohl ein bisschen abgekackt, wäre jetzt natürlich auch gut zu wissen, welche Person war das. War das eine Person, die vielleicht nur 50 Gramm Eiweiß zu sich genommen hat und die 2.500 Kilokalorien Grundumsatz hatte? Kann man leider nicht sagen. Aber tendenziell, wenn wir uns die Mehrheit der Personen angucken, ist das eben nicht so, dass es nach unten geht, sondern doch eher tendenziell nach oben die Kraft beziehungsweise tut sich dann am Ende im Schnitt einfach nichts, 112, 112, 112. Jetzt muss man natürlich hier noch berücksichtigen, okay, die haben auch nicht genug gefressen und nicht genug Protein und so weiter und so fort und das ist natürlich eine blöde Sache. So, aber sie losen nicht ab. Das ist die Hauptsache erstmal. Dann hier entsprechend, was haben wir hier noch? Push-Ups, das fand ich ganz interessant. 30, 33, 38, also auch gesteigert, so wie die Kontrollgruppe hier. Einer ist richtig schön durch die Decke gegangen, der ist wohl richtig gut angesprungen. Ist natürlich zum einen Trainingseffekt, ja, wenn du das irgendwie jeden Tag machst mit Crossfit oder wie auch immer und immer wieder trainierst. Vielleicht haben die beim Crossfit bis jetzt keine Push-Ups gemacht, jetzt haben sie sie mal gemacht für diese Studie hier. Aber, okay, es mindert auf jeden Fall nicht eure Leistung. Ihr könnt eure Leistung genauso gut damit steigern, was ja eine gute Sache ist am Ende. Also vor allen Dingen bei Push-Ups und solchen Sachen, bei Kraft-Ausdauer-Dingen, ist es natürlich so, dass ihr Ketogen deutlich weniger Laktat auch anhäuft und dass das natürlich dann auch positiv ist. So, aufgrund der, und das ist eben das Problem, was man hat, aufgrund der kleinen Größe dieser Gruppen gibt es natürlich immer hier zum Beispiel oder hier gibt es dann mal einen Ausreißer, der so richtig durch die Decke springt, weil er sich toll anstrengt. Und ja, dann hat man eben das Problem, dass der den Durchschnitt immer so ein bisschen mehr mitzieht. So, 400 Meter Runtime, also 400 Meter natürlich hoch, anaerobe Leistung, ne, kann man ja nicht bringen, Ketogen. Also hier auch kein Unterschied großartig. Die Leistung wird nicht gemindert, weil ihr nicht auf einmal Kohlenhydrate zur Verfügung habt oder ähnliches. Wie gesagt, hier genau das gleiche Spiel. Gerade bei solchen Sachen zu wenig Protein und tja, ne. So, bei der Kontrollgruppe war hier einer, der ist richtig gut gerannt, der ist richtig schlecht gerannt. Also man muss das ja andersrum betrachten. Hier oben sind die schlechten Zeiten. und ansonsten hier auch ein bisschen besser. Also haben sich ein bisschen gesteigert hier. Ansonsten alles relativ gleich. VO2 Peak. Gab es auch keine Unterschiede. Einige sind runter, einige sind drauf. Wie es so ist, ne. Der eine springt mal an, der andere mag diese Übung nicht. Der eine hat sich vielleicht im Training ein bisschen mehr auf Kraft konzentriert, anstatt irgendwie 400 Meter zu sprinten oder sonstige Dinge. Ist natürlich so. Aber ansonsten ist auch hier kein Leistungsverlust zu vermerken. Und von daher ketogene Ernährung hier auf jeden Fall nicht negativ, was sehr wichtig ist. So, Blutparameter. Blutparameter, Glucose hier entsprechend von 84 auf 76 runter. Das ist ja schon mal sehr gut, wenn man sich generell mal so die gesundheitlichen Sachen anschaut. Die waren natürlich am Anfang tendenziell auch schon ein bisschen höher als die Kontrollgruppe hier, aber jetzt auch nicht so signifikant. Und von daher da eigentlich keine Unterschiede. Beim HDL gab es auch keinerlei Unterschiede hier. Beim LDL gab es natürlich die Unterschiede, die ich schon genannt habe. Obwohl die auch schon vorher relativ hoch waren mit 114, jetzt auf 153. Aber gesundheitlich hat das eben kaum Auswirkungen oder keine Auswirkungen. Es sind halt einfach nur die Transporter, die natürlich auch das Fett irgendwie transportieren müssen. Aber wie wir hier sehen, die Triglyceride, die sich dann eher ansammeln, wenn irgendwas nicht richtig ist in eurem Körper, wenn der Stoffwechsel irgendwie nicht richtig läuft, die sind hier eben gesunken von 72,7 auf 65,9. Und wenn man jetzt wieder diesen Quotienten auch nimmt, Triglyceride zu HDL, das ist deutlich unter 2. Von daher, perfekte Werte. Ich meine, es sind ja auch gesunde Leute gewesen, die Sport gemacht haben. Von daher, was soll man da erwarten? Die werden jetzt nicht gerade einen Herzinfarkt bekommen, auch wenn sie einen LDL von 153 haben. Also, Quatsch. Es wird auch unten gesagt, nochmal in der Diskussion, dass man eben hier nicht, wie in anderen Studien, jetzt die Partikelgröße bestimmt hat und solche Dinge, weil das natürlich auch eine Rolle spielt. Und deshalb ist man hier auch nicht mehr großartig negativ darauf eingegangen. Also, generell kann man sagen, dass auch aus anderen Studien das herausgeht, was eben hier bestätigt wird, dass eben zwölf Wochen ketogene Ernährung keinen Leistungsverlust mit sich zieht und dass man hier entsprechend natürlich, und dass ich jetzt mal ein eigenes Einbringen, nochmal darauf achten sollte, dass dann zumindest auch die Kalorien, das Protein und so weiter gedeckt ist. Das ist immer so eine sehr blöse Sache. Interessant aber auch, dass hier entsprechend bei den verschiedenen Sachen nach zweieinhalb Wochen auch kein Leistungsverlust festgestellt worden ist. Das sieht man ja auch hier in den Grafiken dann entsprechend. Hier, wenn wir uns das angucken, dass hier die einen stetig nach oben gegangen sind, die anderen auch, und dass hier jetzt nicht irgendwie so ein krasser Knick drin ist. Also hier bei dem einen oder anderen kann mal so ein kleiner Knick drin sein und dann wieder sich das Ganze verbessern. Aber ansonsten tendenziell jetzt bei allen Leuten passiert das interessanterweise eben auch nicht. Und genau deshalb muss man sich dann auch immer wieder von diesen Kurzzeitstudien, die dann so zwei Wochen gehen oder so, muss man sich angucken, was haben die denn überhaupt gegessen. Ja. Und wenn man sich dann anguckt, was die da zu essen bekommen und dann irgendwie vielleicht noch mit 1500 Kalorien da über die Runden kommen müssen, dann ist das keine ketogene Studie, so wie man es als Sportler machen sollte. Also das ist ziemlicher Bullshit dann. So. Größter Vorteil natürlich generell von der ketogenen Ernährung hier ist auch die erhöhte Fettoxidation, ganz klar. Dann eben auch der Sauerstoff, die Sauerstoffaufnahme und der Laktat-Threshold. Das heißt, ich kann meine Laktatkurve immer weiter nach hinten schieben und die Muskulatur, in Anführungsstrichen, übersäuert dann auch nicht so. Und auch im Sprint kann ich natürlich dadurch Vorteile erzielen, hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Mit der Sprint-Fettverbrennung quasi, wo die halt deutlich höher war bei diesen Elite-Sportlern, die bessere Fettverbrennung hatten. So. Genau. Und hier wird das auch nochmal besprochen, was eben für mich sehr wichtig ist, dass die Performance eben nicht beeinflusst wird, solange die Kalorien eben auch stimmen. Und gerade natürlich auch das Protein zur Regeneration und solche Dinge, was ihr beachten solltet. Wenn das stimmt, dann hat man eben auch nicht mit Leistungseinbußen irgendwie zu rechnen. Also generell auch hier, dass es eben Unterschiede gibt zwischen gesunden Menschen, kranken Menschen, Studien oder übergewichtigen Menschen, dass es hier halt zu einem erhöhten LDL-Cholesterinspiegel kommen kann, was auch rein Sinn macht, wenn das Fett irgendwo hin muss, wenn es in den Körper kommt. Hat aber keine negativen Auswirkungen, weil eben wie gesagt Triglyceride, interessanterweise HDL oder eben Blutglucose, da eben keine negativen Änderungen nach sich ziehen. Ja, das war es mit dieser Studie zu eben Crossfit-trainierten Menschen hier. Sollte ich einfach nochmal zeigen, dass es definitiv möglich ist. Und ich hoffe, euch bringt das was. Wenn euch das was gebracht hat, dann schreibt es gerne unten rein. Habt ihr noch Fragen hierzu, was eventuell in euren Augen hier vielleicht nicht richtig ist? Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Die Gruppe ist sehr klein. Die Leute konnten sich selber auswählen, in welche Gruppe sie gehen. Das finde ich wiederum gut. Das macht auch Sinn. Kritikpunkt wirklich an dieser Studie ist, wie ich es eben aus persönlicher Erfahrung oder auch mit anderen Sportlern eben sagen kann, dass die Kalorien deutlich zu niedrig waren, dass der Proteinanteil deutlich zu niedrig war. Aber man sieht trotzdem, dass sie keine Leistung verloren haben, auch wenn sie in einem Defizit waren. und Fettmasse verloren haben. Was ja dafür auch sprechen sollte, dass man vielleicht eine ketogene Ernährung, wenn man mal sich für einen Wettkampf vorbereitet und nochmal ein Kilo verlieren möchte, eine gute Sache ist. Aber ansonsten, ob man damit jetzt großartige Leistungssteigerungen erzielen kann, das wird eben in dieser Studie nicht deutlich, weil diese Parameter nicht stimmen. Wenn man das nachweisen wollen würde, dann müsste man viele andere Dinge noch berücksichtigen. Aber da gibt es ja von mir bald dann ein entsprechendes Buch zu, wie man seine sportliche Leistung mit einer optimierten ketogenen Ernährung und alles, was dazugehört, also Proteinanteil und den ganzen Kram, wirklich verbessern kann, wie man die ketogene Ernährung dann entsprechend im Sport deutlich besser nutzen kann, als es hier eben dargestellt wird. So, das dazu. Eure Fragen unten rein. Euren Daumen nach oben natürlich. Und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, mit solchen Videos, mit solchen Studienanalysen, mit weiteren Tipps über die ketogene Low-Carb oder sonstige Ernährung oder sonstige sportliche Leistungsstudien, schaut in die Videobeschreibung. Bei Patreon veröffentliche ich auch einige Studien zu verschiedenen Bereichen, die jetzt auch nicht mit Low-Carb zu tun haben müssen, sondern da geht es dann auch um Proteinaufnahmen und solche Dinge generell für jeden Sportler. und wenn euch das interessiert, schaut da gerne einfach mal rein und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.